Musik Wir sind hier beim Herrenbernheim in Olten und nebst der toller Frühlings-Sommermode haben wir heute als Spezial-Event von der Souteria der Herr Schüppach hier, der uns Champagner-Trüff live vor Ort herstellen tut. Musik Wir machen hier in der Firma Bernheim Modegeschäft etwas speziell für mich Champagner-Trüff. Ich habe hier die Hohlkörper vorbereitet, da ist eine feine Champagnerfüllung und jetzt mache ich einfach den Finish, wie wir es dann so sagen. Ich habe hier noch einen Elchschocki, den ich temperiert habe, den ich schön überziehen kann. Ich ziehe hier die Schocki schön ab, damit wir nicht zu viel Schale haben und drehe das hier in Staubzucker hinein. Die Champagner-Trüff sind exklusiv. Vor allem in der Süssigkeit sehr angenehm. Ich würde sie sogar kaufen, wenn man sie hier haben kann. Sie sind sehr fein. Aber das Kompliment an ihnen, sie sind gute Sachen. Das ist ja so. Der sieht noch mal gut aus, ja sehr fein. Ich kann das bestätigen, als ehemaliger Fachmann. Was einzigartig ist an denen, das ist noch der Senior Souter Manfred, der diese herkömmlich macht, im Kopferkessel, Champagnerfüllung gemacht. Geheimnisrezept, das eigentlich niemand weiss, ausser dem, was da reinkommt. Es ist komplett cool. 定menig ist. Das ist einfach ein gewisses Aber der ist mein Name ist wundersend. was das ein ganzes Zeitpunkt zu verlegen. Und wir wissen,